Es handelt sich um einige Kisten 1961er Brugunder-Romanier-Conti. Der Füllstelle ist gut. Sind Sie die Gala in die Flasche gekommen? Wofür halten Sie mich denn? Natürlich ging alles mit rechten Dingen zu. Ich möchte Sie nicht in das Licht führen. Das ist eine interessante Geschichte. Gut, ich werde etwas recherchieren und Herr Grote wird sich in Kürze bei Ihnen melden.